hallo 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 zusammen ja in diesem video möchte ich gerne mit verschiedenen aber glauben aufräumen die mir immer wieder begegnen und vor allem die auch mich selber persönlich extrem aufgehalten haben was ich für warte schleifen und umwege gegangen bin bis ich wirklich verstanden habe um was es wirklich geht wer ich wirklich bin wie die welt hier wirklich funktioniert ich habe jahre verschwendet mit genau solchen sachen auf der suche nach dem wie das leben funktioniert wir suchen antworten auf die frage warum bin ich nicht erfolgreich warum bin ich nicht beliebt warum habe ich zu wenig geld warum bin ich nicht frei und all diese fragen haben mich natürlich auch beschäftigt und ich möchte jetzt hier diese antworten mit euch teilen um euch ein bisschen zeit auch zu ersparen ja für die die mich zum ersten mal sehen mein name ist patricia denda ich bin empowerment coach vor allem für frauen und zwar geht es mir hauptsächlich darum zu erkennen dass dieses human design was wir glauben zu sein wo wir uns gerne auch einen stempel geben eigentlich nicht das ist was wir wirklich sind sondern in wahrheit sind wir ein divine design ein design unser wahres design wird oft nicht erkannt viele leute nennen es seele ja ich kenne das meine seele was ist denn deine seele hast du dir schon mal gedanken darüber gemacht was damit wirklich wirklich gemeint ist ich kann es dir sagen deine seele ist keine einheit irgendwie selbstständig oder auch abgeteilt abgeschalten deine seele verabschiedet sich auch nicht sondern deine seele ist deine göttliche wahrheit deine seele ist dieser aspekt aber es ist nicht ein aspekt sondern es bist du du wenn du weißt wer du wirklich bist deine seele weiß dass du in absoluter höchste ordnung bist deine seele weiß dass nichts dich jemals gefährden kann dass nichts von außen auf dich einwirken kann dass nichts von außen gegen dich spielen kann dass es keine andere kraft keine andere macht auf dieser welt gibt auf in deiner welt gibt als du selber nur du selber es gibt es gibt es geht nur um dich selber es geht um keine seele die irgendetwas abspaltet sondern es geht um dich um dein human design um deinen mensch um dein menschliches denken was du über dich denkst was du über die welt denkst was du über die anderen menschen denkst es geht nur um dich und wenn du jetzt noch glaubst es gibt eine seele die sich abtrennt wegen ähm und die zurückgeholt werden muss dann sage ich dir es ist genau andersrum du musst deine seele kennenlernen du musst dein divine design kennenlernen du musst erkennen dass du aufgrund von informationen die dir angst gemacht haben aufgrund von informationen und situationen die dich ähm fürchten haben lassen dass du vergessen hast dass du göttliches design bist göttliches design heißt schöpferdesign schöpfermaterial dass du hier alle register ziehst dass du das alles was in deinem leben passiert durch dich hindurch geschieht durch deine meinungen durch deine ansichten durch deine gedanken durch all das Was du bewirkst, du bist die einzige bewirkende Kraft in deinem Leben, in deinem Universum. Du bist dein Universum und da ist keine Seele, die du einfangen musst. Da sind auch keine Seelenanteile, die du einfangen musst, sondern da ist ein Seelenbewusstsein, ein göttliches Bewusstsein, in das du eintreten musst. Und dieses Bewusstsein, diese Wahrheit, diese Klarheit, die ist immer da. Die ist immer da, die haut nicht ab, da ist nichts, da musst du nichts zurückholen, sondern du musst dahin gehen, wo du wirklich hingehörst. Du musst in die Identität, in das Bewusstsein deiner göttlichen Identität schlüpfen, das für dich von Grund an, von Geburt an, mit Ankunft hier auf dieser Erde für dich gedacht ist. Und das Einzige, was du tun musst, ist eben den ganzen Bullshit, der dir übergestülpt worden ist, ablegen, die ganzen Überzeugungen darüber, wie du bist und was dir entspricht und was dir eben nicht entspricht und wo du nicht so gut bist und was du nicht kannst. Du musst nichts von dem annehmen. Du bist frei in deinem göttlichen Divine Design, bist du hundertprozentig frei in deiner Wahl, dich zu erheben in die höchste Version, die gegeben ist für dich. Aber dieser ganzen Ballast, du bist nicht gut genug, du kommst nicht aus einer gut genogen Familie, du hast nicht eine gut genucke Ausbildung, du hast keine ausreichende Intelligenz, Intelligenz, du bist nicht sportlich genug, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht fit genug, was auch immer. All diesen Scheiß-Palast. Oder du hast deine Seele verloren. Oder die Sterne stehen nicht gut. Oder du hast eine falsche Linie im Human Design. Nein, all das darfst du einfach loslassen. All das musst du nicht weitertragen. Guten Morgen. Ich bin hier wieder dabei aufzuräumen mit so viel Aberglauben, mit so viel Einschränkungen, wo die Menschen sich so, so schwer tun, sich immer wieder sagen zu lassen und die Angst machen zu lassen, dass sie, weil sie nicht gut genug sind, weil sie nicht reinpassen, weil sie nicht anerkannt sind, tatsächlich zu glauben, dass etwas falsch ist mit ihnen. Es ist mit niemandem etwas falsch, außer, dass er falsche Sachen glaubt. Außer, dass er falsche Sachen macht, weil er glaubt, deswegen nicht geliebt zu werden, weil er glaubt, wenn er das tut, was ihm entspricht, wenn er das ausdrückt, das sagt, das dokumentiert, was aus seinem Herzen kommt, dass er dann falsch ist oder abgelehnt ist. Und das ist nicht so. Das Einzige, was ist, ist, dass du dir eine Welt kreierst, in dem du dich als Opfer fühlst, in dem du dich als abgelehnt fühlst, in dem du das Gefühl hast, alles und alle sind gegen dich. Aber letztendlich bist es eben doch immer nur du, der oder die das kreiert, der oder die das sieht, der oder die das annimmt. Es ist alles deins. Und deins ist rein. Deins ist in Wahrheit perfekt. Und woran du das merkst, das hast du nicht schon oft gespürt, eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Ich meine es doch nur gut. Ich meine es doch nur gut. Ich will doch nur den anderen helfen. Ich möchte doch nur gut sein. Warum sieht niemand, wie gut ich bin? Warum unterstützt mich niemand? Und der Grund ist einzig und allein, dass du immer noch glaubst, dass du nicht gut genug bist. Dass du immer noch glaubst, dass du ausgegrenzt wirst, wenn du du selber bist, wenn du dich liebst, wenn du dich wertschätzt, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Aber das findet alles bei dir statt. Es ist ein absolut hundertprozentig innerer Job, anzufangen zu unterscheiden, was kommt von dieser Welt, was kommt von dieser Erde, was kommt von dieser Gesellschaft an Überzeugungen und an Annahmen. Und was bin ich denn wirklich? Wie kann es sein, dass irgendwas mit mir falsch ist, wenn ich doch als Baby auf diese Welt gekommen bin, rein und pur? Und was ist passiert zwischen meiner Geburt und diesem jetzigen Moment? Ich habe gelernt, wie fehlerhaft ich bin. Ich habe gelernt, wie nicht liebenswert ich bin. Ich habe gelernt, mit Liebesentzug und Ausgrenzung, dass mir immer wieder gezeigt wird, dass ich passend sein muss, dass ich in die Vorstellung anderer Menschen reinpassen muss und dass ich mich fügen muss und dass ich mich in ein System reinwürgen muss. Aber dass per se dieses ganze System auf einem Denkkonstrukt besteht, dass den Mensch nicht liebt, dass den Mensch nicht in seiner höchsten Kraft, in seiner höchsten Darstellung sieht, sondern in seiner minderwertigsten Darstellung, in seiner fehlerhaftesten Art und Weise, ihm versucht, Schuld in die Schuhe zu schieben, ihm versucht, sündig zu machen, ihm versucht, nicht gut genug dastehen zu lassen, dass dieses System ein System ist, das von Menschen gemacht ist, die nicht in höchster Liebe ein System erstellt haben, aufgebaut haben, nicht ein System aufgebaut haben, das dem Menschen, dem Herzen entspricht, der Liebe entspricht, der göttlichen Idee entspricht. Wenn du das erkennst in diesem Moment, weißt du, dass keine Seele jemals von dir abgehauen ist, sondern dass du in ein System abgehauen bist, das ohne Seele ist. Und jetzt liegt es an dir, ob du weiterhin in diesem System dich anpassen willst, das ohne Seele ist, oder ob du zurückgehen möchtest in dein Divine Design, das voll Seele ist, voll Liebe ist, voll Unterstützung ist, voll Rückhalt ist und aus diesem, aus dieser Vorstellung heraus dein Leben kreieren und schöpfen willst. Du hast die Wahl. Ja, aber ich kann nicht und mein Job und ich muss doch schauen, dass die Leute und sonst verliere ich meine Arbeit, ich verliere meine Lebensgrundlage und so weiter und so fort. Das tust du nicht, weil es gibt so viele Jobs, es gibt so viele Lebensgrundlagen, es gibt so viele Berufe, Berufungen, so viele Dinge, die einfach auf dich warten, auf dich warten, und zwar auf dich in deiner reinen und pursten Version und nicht auf dich in irgendeiner Rolle, nicht auf dich in irgendeiner Aufgabe, sondern als dich in deiner reinsten, göttlichen, wahren Perfektion, die du mitträgst, mit all deinen Gaben, mit all deinen Genies, mit deinem ganzen Herzen und das ist diese Aufgabe, die wir jetzt, diese Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Wollen wir weiter in einem System leben, unter Vorstellungen, unter Voraussetzungen, unter einem Miteinander leben, das uns immer wieder sagt, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht geliebt, wenn wir nicht spuren und uns anpassen, wir müssen das und das erledigen, was uns nicht entspricht, wir müssen Dinge tun, die überhaupt unserem Glauben, unserer Intuition, unserem Innersten, unserem Herz nicht entspricht. Keiner muss das tun, weil wir können unser Leben, wir kreieren es selber, wir machen alles selber, und wir müssen nichts machen, was uns nicht entspricht, nicht für Geld. Geld kommt zu dir noch viel mehr, noch viel einfacher, noch viel ausgiebiger, noch in viel größerem Maßen, wenn du du selber bist, wenn du erkannt hast, was dein Divine Design ist, wenn du erkannt hast, was durch dich hindurch entstehen darf auf dieser Erde, und das sind Dinge, die gibt es in diesem gesellschaftlichen System auf diese Art und Weise noch gar nicht. Du darfst dich neu finden, nicht erfinden, sondern neu finden, ohne all diesen Bullshit, die dir erzählt worden ist, der dich falsch gemacht hat, der dich ausgegrenzt hat, der dich klein gemacht hat, der dich unterdrückt hat, ohne diesen ganzen Bullshit, darfst du dich neu erfinden, aus deinem Divine Design heraus. Und die Basis davon ist, du bist gut, du bist richtig, du bist niemals schuldig gewesen, du bist nicht sünnig, es ist nicht schlecht an dir, es gibt gar nichts, was du mittragen musst, von dem Alten in deine Zukunft. Du darfst dich jetzt befreien, und auf deine Divine Design Reise gehen und die Identität, die du verkörperst, erschafft eine Realität, die dir entspricht. Und dann fühlst du dich wohl und dann fühlst du dich zu Hause angekommen, dann hast du Selbstliebe, dann hast du Selbstachtung, dann kannst du dich selbst unterstützen, dann führst du dich, aus deinem ganzen Herzen führst du dich. Und das ist das, wofür ich stehe. Kein Mensch auf dieser Welt muss irgendetwas annehmen, was ihm nicht entspricht, was der höchsten Liebe nicht entspricht, was der höchsten Begeisterung nicht entspricht, was der höchsten Freude nicht entspricht. Niemand muss das tun. Aber dazu ist eine innere Arbeit zu tun, dass du dein Divine Design findest, spürst, lebst, verkörperst, verkündet, verkündest und verteilst. Und das geht nur, wenn du mutig bist. Wenn du erkennst, und diesen Mut kannst du haben, wenn du erkennst, wie Kreation funktioniert, wie alles durch dich, durch deine Ansichten und durch deine Meinung kreiert worden ist, wenn du das erkennst, dann kannst du sehen, welche falschen Vorstellungen noch eine falsche Realität für dich kreiert haben. Und wenn da draußen eine Realität ist, in der du dich nicht geliebt fühlst, in der du dich nicht angenommen fühlst, in der du dich nicht unterstützt fühlst, dann liegt es daran, dass du noch davon ausgehst, dass dein Seinszustand, dass du selber nicht geliebt, nicht höchst wertvoll, nicht unterstützenswert ist, irgendwo noch falsch ist, und das ist einfach nicht wahr. Und wenn dir noch 100.000 Divine Design Readings irgendwie erklären, wer du bist scheinbar, weil du so und so, zu einer so und so viel welchen Zeit in so einem Kreis, was weiß ich nicht, was geboren bist, musst du das nicht annehmen. Weil es ist ein Human Design. Und in dem Moment, in dem du aufsteigst, in dein Divine Design, in die höchste göttliche Idee von dir, als absolut wunderbares, liebenswertes Ebenbild Gottes, wenn du das annehmen kannst, für dich, dann öffnen sich alle Türen und Tore. dann öffnen sich alle Wege zu deinen wahren Herzenswünschen, zu dem, was du wirklich, wirklich willst, nicht zu dem, was du machst, um zu. Du machst das um zu, du machst diesen Job um zu, um Geld zu verdienen, um eine Karriere zu haben. Warum willst du denn eine Karriere haben, damit ich noch mehr Geld verdiene, dass ich noch mehr wichtiger bin? Wie ist es, wenn es gar kein Umzu braucht? Wie ist es, wenn es gar keine Karriere braucht? Nur eine mutige Entscheidung von dir, jetzt die Person, die Identität, die dir von höchster göttlicher Stelle gegeben worden ist, zu übernehmen und hier auf der Erde auszulaufen, zu dokumentieren und zu zeigen. Und ich sage dir eins, es ist nicht so, wie es die anderen meinen, in den allerwenigsten Fällen. Du hast hier drinnen etwas, was dir immer genau sagt, richtig oder falsch, richtig oder falsch. Du weißt ganz genau, alle Dinge, die dich einschränken und unterdrücken, die dich irgendwo mit einem Stempel oder mit einer Beschreibung oder einer Beurteilung hinterlassen, sind nicht aus dem Divine Design entstanden. Es sind Einschränkungen. Du brauchst keine Einschränkung anzunehmen, weil es ist in unserem Universum unendliche Möglichkeiten sind offen und nur wer das erkennt, kann davon schöpfen, kann das kreieren, und kann das erleben. Dein Divine Design ist so außergewöhnlich. Dein Divine Design ist so einzigartig, dass es sich nicht in irgendwelche Charts, in irgendwelche Readings reinlesen lässt. Und verschwende doch bitte keine Zeit damit und gehe sofort in dein Divine Design. Gehe auf diese Reise, wo du erkennst, dass du wirklich Eins bist und vor allem, was es bedeutet, Eins zu sein, aus dieser Einheit heraus zu leben, wenn ich Eins bin mit all meinen Vorstellungen, mit all meinen Wünschen, mit all meiner Liebe, mit all meiner Begeisterung. Was heißt das für mich jetzt hier auf Erden in diesem Moment? Wie fühle ich mich dann? Was mache ich dann? Was denke ich dann? Was sehe ich dann? Wie werden meine fünf Sinne dann aufgeladen? Mit welchen Informationen? Meine fünf Sinne sind nur der Projektor meines sechsten Sinnes und das wiederum ist die klare Anbindung, das klare Wissen meines Divine Designs. Und wenn ich das habe, dann sehe ich die Welt anders. Dann fühle ich mich anders. Dann höre ich andere Dinge. Darum geht's, ihr Lieben, darum geht's. Es ist so leicht, aber wir müssen aufhören, Zeugs zu glauben, was nicht aus unserem Divine Design entstanden ist. Was nicht davon ausgeht, dass wir perfekt sind, dass wir liebenswert sind, dass wir großartig sind, dass wir absolute Genies sind, dass wir ausgestattet sind mit einer kreativen Vorstellungsgabe jeder für sich selber individuell. Du bist der individuelle Duft des Göttlichen. Und in der göttlichen Idee, im Divine Design sind wir alle gleich. Perfekt! Absolut in Ordnung, nicht fehlerhaft. Und wenn wir uns trauen, da reinzugehen und unseren persönlichen Duft auszuströmen in diese Welt, dann wird es so, so schön. Und dann kollabiert der ganze Bullshit, der uns immer noch erzählt. Umzu, 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 musst du, umzu, umzu, umzu. Musst du nicht. Du bist und hast schon alles in dir. Jetzt kommt es nur darauf an, dass du diesen Bewusstseins Zustand erreichst. Und dann bist du eins mit deiner Seele. Deine Seele ist da, die wartet auf dich, wenn du mit dem Wort Seele arbeiten möchtest. Da ist nichts abgespalten, auch kein Trauma hat irgendwas abspalten können. Wenn du nicht in ein traumatisches Bewusstsein gehst, wenn du nicht in ein ängstliches Bewusstsein gehst, wenn du nicht in ein Minderwertigkeits Bewusstsein gehst, in diesem gegenwärtigen Moment, das ist der Moment, wo du kreierst dein Leben. Und das braucht so viel Übung. Und ich bin hier, um den Menschen bei dieser Übung zu helfen und aufzuhören, zu konsumieren, Informationen über ihre Unzulänglichkeit zu sammeln, Informationen zu sammeln, wo sie noch nicht gut genug sind. Ich möchte, dass Menschen aufhören, irgendwelche Kurse zu machen, die ihnen sagen, da musst du aber noch besser werden. Ich möchte, dass ihr einen Kurs macht, egal wo, der euch sagt, du bist so gut, lass es raus, du bist so fantastisch, lass es raus, lebe es, sprich es aus, öffne dein Herz, du hast keine Angst mehr, dass dich irgendeiner verletzt, weil du weißt, wie du funktionierst, wie du kreierst, wie Kreation funktioniert, wie deine göttliche Schöpfergabe funktioniert, musst du nie, nie, nie wieder Angst haben, kritisiert zu werden, nie wieder Angst haben, nicht gut genug zu sein, aber das muss in dein System rein, in jede Zelle deines Körpers, muss die Lüge ersetzt werden, noch deine göttliche Wahrheit und dazu musst du halt dran bleiben, dazu braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis du aufhörst, die Person zu sein, die durch System, Vorstellungen, alle möglichen einschränkenden und unterdrückenden Ansichten geprägt worden ist. Diese Prägung musst du nicht mehr für wahr und vor allem nicht mehr mit dir entsprechend annehmen, sondern nur noch das, was aus höchster Idee für dich gedacht ist. Und ich hoffe, dass ich das klar und deutlich habe machen können. Es gibt noch so viele weitere Lügen, so viele weitere Lügen, die die Menschen immer wieder bei der Stange halten, die die Menschen immer wieder von einem Kurs, den sie belegen, weil sie nicht gut genug sind, in den anderen Kurs, den sie belegen, weil sie nicht gut genug sind. Ich kann dich nur einladen, komm mit uns mit auf die Divine Design Reise. Wir starten diesen Sonntag am 16. 1. Sind dreieinhalb Monate und wir beginnen mit sechs Wochen The Foundation. In der Foundation lernst du wirklich das, was ich jetzt gesagt habe, für dich zu verkörpern und zu verinnerlichen. Du lernst, wie du aus diesem Human Design, aus diesem eingeschränkten Denken in das bedingungslose freie Denken reingehen kannst und plötzlich sich der Vorhang lichtet und du klar, klar siehst und mit dieser Klarsicht bekommst du ein Verständnis, das dir erlaubt, diesen ganzen alten unterdrückenden krankmachenden traurig machenden Scheiß abzulegen und wenn du das verstanden hast, hast du eine Basis von höchster Selbstliebe Selbstwert und Selbstachtung und verkörperst mehr und mehr dein Divine Design, dein Genius, das, was du wirklich, wirklich bist und wenn du das tust, dann geht's los, dann kannst du nämlich anfangen Träume zu sehen und sie dann kreieren wirklich diese großen, großen Wünsche und auch hier möchte ich ganz kurz noch mit einer Sache aufräumen, viele Money Coaches oder finanziell Erfolgreich Coaches die sagen dir sag dir was du kaufen willst sag dir was du alles haben willst sag dir wofür willst du dein Geld ausgeben wenn du deine Billionen hast darum geht's nicht und viele Menschen kommen deswegen nicht weiter weil sie sagen ist mir doch alles gar nicht so wichtig ob ich jetzt so ein Auto habe oder so ein Auto ich will frei sein ich will frei sein ich will machen können was ich will ich möchte mit wem sein können mit wem ich will ich möchte dort sein wo ich will ich möchte mich verkörpern ich möchte bewirken und wirken was ich will ist doch mir egal ob das im Ferrari Porsche oder in dem VW ist I don't care und genau darum geht weil dich das überhaupt nicht an macht weil dich das überhaupt nicht geil macht dass du irgendwie was weiß ich dich mit Besitztümern schmücken möchtest oder auch musst das kannst du machen das macht mal Spaß aber letztendlich geht es dir um was anderes es geht um diese Selbstliebe um die Selbstachtung und es geht dir darum etwa eine Hinterlassenschaft hier zu haben nicht dass andere Leute sagen wie toll du bist sondern dass du weißt du hast einen Lebenssinn hier gehabt du hast etwas bewirkt du hast etwas verkörpert du hast eine Welt erschaffen du hast deine Welt erschaffen die großartig ist in der du dich wohl fühlst in der du dich geliebt fühlst in der du dich gut und richtig fühlst egal ob du gerade gut drauf bist oder ob du weinst egal ob du Angst hast oder ob du fröhlich bist du möchtest eine Welt haben in der du immer gut und richtig bist und in der du immer geliebt und unterstützt wirst diese Welt möchtest du kreieren und ob da ein Porsche oder ein Ferrari oder eine Ente drin rumfährt das ist dir egal und genau darum geht es dass du nämlich hier bist um herauszufinden was dein Divine Design ist und nicht hier bist um herauszufinden wie du endlich genügend Geld hast bla 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 weil das alles ein Nebenprodukt dann ist weil das alles logisch ist wenn du deine Welt erschaffen deinem Selbstverständnis aus deiner göttlichen Idee und dann kann da alles sein und heute ist es eine Ente morgen ist es ein Porsche übermorgen ist es eine Weltreise dann ist es eine Charity dann ist es ein Projekt who cares aber zuerst geht es um dich und dann wirst du erkennen was the bigger game ist für dich was es für dich bedeutet lass dich ein auf diese Reise ich kann dich nur einladen es wird grandios es werden grandiose dreieinhalb Monate sein im Moment für 4444 Euro ja weil ich möchte dass es ein Preis ist den man sich leisten kann aber er muss hoch genug sein dass du dich committest ich weiß für manche sind 4444 Euro kein großes Geld aber dann kannst du es ja trotzdem wenigstens mal probieren und vielleicht würdest du es ja auch für deine Sinne für ein kleines Geld weil wer weiß schon wie viel Geld wie viel Geld wie viel Geld für jeden ist das verändert sich übrigens auch immer ja wenn du Fragen hast melde dich bei mir wir starten du kannst mitfahren jederzeit einsteigen der Foundation wird jetzt noch einmal live geteacht dann werde ich das aufnehmen weil das ist mein Basis Teaching das ist mein Grund Teaching wo du brauchst und wo du dann den Selbstkurs für alle anderen Coachings bei mir machen kannst und auch für meine 1 zu 1 Coachings meine VIP Coachings es fängt immer mit der Foundation an ohne Foundation wirst du dir niemals all deine großen Ziele manifestieren können weil du musst erst wissen wer du wirklich bist in diesem Sinne ihr Lieben es gibt so viel zu tun es ist alles eine innere Arbeit es ist alles ich es ist alles meine Arbeit ich habe absoluten Zugriff ich habe absolute Autorität alles in meinem Leben zu bestimmen aber dazu muss ich zuerst wissen wer ich wirklich bin denn mein kleiner lieber lieber Verstand der macht nichts ohne dass er sagt ja genau das stimmt das machen wir jetzt so also hier oben fängt es an in dem Verstand in den Zusammenhängen in der Foundation um dann die Welt einfach so schön zu machen also bis dann ihr lieben tschüss tschüss